Nicht aufgeben, los geht's. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3. Wie all diese Muskeln perfekt haben, das für eine wunderschöne Muskel, einfach perfekt. Zack, 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 zack. da 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 bin ich sehr flüssig aber ich bin einigermaßen schnell da 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 sieht so weit so gut aus ich bin einigermaßen rhythmus auch wenn ich halt nicht ganz nicht ganz sauber machen das ganze nein da war ich aus scheiße 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 und sehr schnell wahrscheinlich auch noch ja ich bin sehr langsam wieder toll das dumm ist er hat gleich auf dem renktempo an das gefühl ich hab da scheiße ich muss ewig hinterher hinken wieder aber es war's komm schon 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 jetzt wird es klar das war's jetzt bin ich raus shit ich war so gut dabei gewesen gürtel kommt zu mir 0 zu 3 deine knopf bist 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 ja drei oder vier mehr geschafft wäre bevor ich abgabe ich auch gewonnen sind aber so fehlt einfach das kleine bisschen was solltest du lange hierher los ladezeit will ich nicht ja und sonst so läuft ne ladebildschirm läuft leider nicht so hallo wieder so lange ja komm ich hoffe du hast alle guten dinge sind 50 oder so 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ja wo ist das niveau hier zack 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 ich muss konzentrieren kann ich beruhige für hier so be arguably sucht die einige zu bleiben kam schon, den machen wir jetzt aber, ich denke das haben wir so gut wie lernt, ihn mal, aber ich bin besser. Ich mache jetzt 40 irgendwas. Da, 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 da. Ja, das wird was. Mein Daumen versagt. Mein Daumen ist jetzt raus. Scheiße. Egal, ich habe zehn Vorsprung, das würde was werden. Komm, zack, zack. Jetzt muss ich verkacken nochmal. Sonst wird es doch noch eng. Aber es müsste ich wirklich haben. Nein, nein, nein. Das gibt's doch nicht. Hat er 50 geschafft. Ja, ich weiß, er ist verloren. Er wurde angekündigt. Verdammt nochmal. Ich habe es doch. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn gehabt. Halt den Rand. Ich bin nicht entspannt. Ich kann das jetzt nicht mehr sein. Verdammt noch eins. Ich hatte ihn noch in der Tasche. 1, 2, 3, 4. Ein Daumen wohl halt lahm. Was soll ich machen? Da war ich raus. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 das hat 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 das sagt mal links neben mir und zwar das für mich nämlich nein ausgibt es doch nicht kommt cloud schneller 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 zu schnell das war es keine chance keine chance mehr nein ich glaube ich mal an 50 aber ich auch nicht mehr aber das gibt es doch nicht also bei gitarre spielen nutze ich darum übrigens nicht also wenn ich hiermit das machen würde aber dann habe ich kein gefühl auf dem richten das auch nicht hin um ihre lange ladebildschirm ich komme schon ich verbringe heute die hälfte des let's plays nur hiermit glaube ich das ist ja super da habt ihr was zu sehen ich will den gürtel haben ich war doch schon ich habe doch eigentlich im prinzip schon gewonnen du bist schuld böser daumen los jetzt ich will mich messen so sieht es aus ich hoffe du hast dich aufgewählt ja ja auch nicht kommt klar kommt gib ihm 1 10 vor 3 4 1 21 21 21 23 14 bis der rück aus der rid咱 Rusa 4 papier 1 2 3 4 1 4 3 4 1 dam 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 okay läuft gerade sagt 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 nehmen wir uns echt tot an der stelle da wir nicht tun aber ich muss ich kommt davon nicht weg ich habe mich online ich habe mich verdammt wenn ich führe aber 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 nein das war's das war's verkackt das wird nichts mehr 1 2 3 4 1 verdammt normal ich bin abbruch im blöden park denn das gibst du einfach nicht ach komm hat keinen sinn scheiße ich hab echt y und danach gleich x gedrückt deswegen war ich raus das timing stimmt aber da wird der button war falsch schiebung ich kann auch nicht mehr jetzt geht es geht wieder aber ich habe solche spiele sondern wenn ich spiele hasse ich einfach vor allem hat der bewegung kann ich überhaupt nicht einschätzen wie was gut weil die so ich habe höchstens für oben also y und unten fixpunkt was er macht aber das andere ist irgendwie nicht so da sehe ich keine einrast pose oder sowas an der wir orientieren kann das ist alles zum fließen übergang eigentlich nur der ladebildschirm was ist da los ich lade muss jetzt hätte von ihm gerade nichts ist dabei kommen alle guten dinge sind so viele ich brauche um zu gewinnen ja verdammt ich gewinne jetzt übrigens kein druck 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 das habe ich als blüten muss gerade diese blüte a drückerei 1 2 3 4 von vorne machen wir das noch mal und verlieren wahrscheinlich darum erst recht ja ich versuch's ja ich habe zuschauer das ist schwierig zum top ci sind mehr nächste runde eigentlich mag ich gar nicht mehr schon seit ungefähr 20 rennen rennen aber was soll ich machen Ich bin gierig, ich will das Ding haben. Ich bin ehrgeizig, ich bin hartnäckig. Ich hasse alles und ich bringe ihn jetzt rum. Metaphorisch gesprochen. Ich besiege ihn einfach in blöden Kniebeuge ohne Gewichte oben und auf. Es juckt meinen Kopf auch noch. Na toll. Ladebildschirm. Reiz mich nicht. Geht doch. Ja, komm. Werd mich nicht zurückhalten. Nee, ist okay. Ich mich auch nicht. Fürchte ich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, datatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat 123 den habe ich ich habe auch noch ein rekorder gestellt dann habe ich nicht das habe ich nicht verdammt das wollte ich ja nicht mehr haben aber egal wir haben diesmal und jetzt nur 37 geschafft ich bitte euch das wäre ja viel früher schaffen können wer so verkackt hätte ich kann mich gar nicht immer mit sieg vorhin gerade aber ich hab's ich hab's geschafft ich hatte ja keine ahnung wie stark du willst du hast es ja allemal her gehört es ist noch spielraum nach oben leute also ran an die hantel wir fangen mich mal so dann sehe ich aber meine siegesprämie an ich hoffe es war nach oben und zwar nicht zu knapp aber da ist er schon noch meistergürtel maximal tp und stärker erhöhen sich das ist nicht ganz viel stecke wie ich haben wollte aber tp und das tauscht direkt aus ist gut wer bei barrett besser aufgehoben und habe es gerade dabei aber ist ein gutes alter machen und weil ich ja jetzt schon gewonnen habe das alles wenn es dazu kommt dass claude noch ein kleid anziehen darf werde ich bestimmt umsonst eine perücke bekommen hoffe ich jedenfalls noch mal was geben muss da drehe ich aber durch naja wobei im original spielt ja sowieso die perücke bekommen auch wenn man verliert madame m lässt dir ausrichten dass er ist noch eine ganze weile um sich umzuziehen also ich muss die mission machen in der zwischenzeit vielleicht um einen klitzekleinen gefallen bitten nein ob du es glaubst oder nicht das kolosseum läuft fast über vor leuten die dich noch mal kämpfen war doch schon kämpfen doch was sagst du wir können deine fans doch nicht enttäuschen oder ich kann also ich erwarte dich im kolosseum hätte ich eben schon genug zeit verschwendet aber ich kann doch wenn ich will ok aber gut aber gut nehme ich auch noch mit denn das garantiert der sache die ich nur alleine machen kann nicht mit ihr zu das weiter nicht mit er ist zusammen also passt das schon denke ich jetzt mal ein vernünftiger normaler kampf nebenbei ist noch was erfrischend anderes jetzt hat die ganzen rumgehopse hier mit den blöden klimmzüge quatsch klimmzüge mit ihr wisst schon was und ich habe ja im prinzip eben schon ich habe gemacht hier schätzen was kein neuer zukommen sein würden selbst wenn ich habe ich jetzt auch noch da bin ich recht zuversichtlich mit claude jedenfalls mit ihr wäre es schwieriger wie es aber mit ihm dass sie kommen läuft so dann lass mich mal durch der champ tritt ein da ist er ja unser champion ja sondermatch vier reihe kam es vielleicht vorher gemacht habe nämlich an ja sondermatch also wieder vorbei na gut also doch ein spezielles ja sondermatch und Vielen Dank.